Yes, Ladies and Gentlemen, Grüezi miteinander, Gregory Jemaidi von LebeStark hier. Wenn du das erste Mal hier bist, mehr über das Thema Fitness und Ernährung lernen möchtest, während du dazu motiviert wirst, Ziele im Leben zu verfolgen, dann klicke auf Abonnieren und das Glocken-Icon, damit du über jedes neue Video informiert wirst. In diesem Channel-Trailer möchte ich dir gerne zeigen, für was LebeStark bzw. unser YouTube-Channel eigentlich steht. Der Name LebeStark kommt von meinem Personal Training Business und reflektiert die Philosophie, die wir verfolgen. Wir glauben nämlich, dass jeder Mensch sein Idealgewicht erreichen und schmerzfrei leben kann. Auf unserem YouTube-Channel verfolgen wir ein ganz einfaches Konzept. Wir wollen dir helfen. Wie? Ganz einfach. Wir möchten, dass du dich im Fitness-Dschungel zurechtfindest. Wir reden über das Thema Krafttraining, Fitness, Ernährung, Bewegung, Personal Training, wie du einen guten Coach findest, über Cola Zero, was du an Weihnachten essen kannst etc. Ich habe ca. 200 Videos über diese Themen gemacht und verfolge diese leidenschaftlich. Ein anderes großes Thema, welches wir hier verfolgen, ist die Motivation. Mir wurde immer wieder gesagt, dass ich eine motivierende Art an mir habe. Das ist ein Potenzial, das ich an mir entdeckt habe und genau solche Entdeckungen kannst auch du machen. Denn ich bin davon überzeugt, dass unentdecktes Potenzial in dir schlummert und darauf wartet, gefunden zu werden. Das war's. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klick auf den Like-Button, abonniere unseren YouTube-Channel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Bis zum nächsten Mal.